Sie hören den Artikel Zugspitze aus Wikipedia der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 31. Dezember 2014. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Die Zugspitze ist mit 2.962 Meter über Normalhöhe 0 der höchste Berggipfel Deutschlands und des Wettersteingebirges in den Ostalpen. Das Zugspitzmassiv liegt südwestlich von Garmisch-Partenkirchen in Bayern und im Norden Tirols. Über seinem Westgipfel verläuft die Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Südlich des Berges schließt sich das Zugspitzblatt an, eine Karsthochfläche mit zahlreichen Höhlen. An den Flanken der Zugspitze befinden sich drei Gletscher, darunter die beiden größten Deutschlands. Der nördliche Schneeferner mit 30,7 Hektar und der Höllentalferner mit 24,7 Hektar. Außerdem der kleinere südliche Schneeferner mit 8,4 Hektar. Erstmals bestiegen wurde die Zugspitze am 27. August 1820 von Josef Neuss, seinem Messgehilfen Meier und dem Bergführer Johann Georg Tauschel. Heute gibt es drei Normalwege auf dem Gipfel. Von Nordosten aus dem Höllental, von Südosten aus dem Rheintal und von Westen über das österreichische Schneekar. Mit dem Jubiläumsgrat, der Zugspitze, Hochblassen und Alpspitze verbindet, führt eine der bekanntesten Gratrouten der Ostalpen auf die Zugspitze. Für Bergsteiger gibt es in der unmittelbaren Umgebung zahlreiche Unterkünfte. Direkt an der Zugspitze befinden sich das Münchner Haus auf dem Westgipfel und die Wiener Neustädter Hütte in der Westflanke. Auf den Zugspitzgipfel führen drei Seilbahnen. Die erste, die Tiroler Zugspitzbahn, wurde 1926 gebaut und endete auf einem Grat unterhalb des Gipfels, bevor die Endstation 1991 auf den Gipfel verlegt wurde. Eine Zahnradbahn, die Bayerische Zugspitzbahn, führt durch das Innere der Nordflanke und endet auf dem Zugspitzblatt, von wo eine weitere Seilbahn zum Gipfel hinaufführt. Mit der Bayerischen Zugspitzbahn und der Eibsee Seilbahn, der dritten Luftseilbahn, gelangen jährlich durchschnittlich 500.000 Menschen auf den Gipfel. Im Winter bedienen neun Skilifter ein Skigebiet auf dem Zugspitzblatt. In der 1900 eingeweihten Meteorologischen Station und der Forschungsstation Schneefernerhaus werden hauptsächlich Klimaforschungen betrieben. Geografie Lage und Umgebung Die Zugspitze ist mit einer Höhe von 2962 Metern, nämlich der Ostgipfel, der höchste Berg des Zugspitzmassivs. Dieser Wert nach dem Amsterdamer Pegel wird als offizielle Höhe vom Landesamt für Vermessung und Geoinformation Bayern genannt. Nach dem in Österreich verwendeten, 27 cm tiefer liegenden Triester Pegel wird dieselbe Höhe angegeben. Ursprünglich hatte die Zugspitze drei Gipfel, Ost-, Mittel- und Westgipfel. Als einziger davon ist der vollständig in Deutschland liegende Ostgipfel in seiner ursprünglichen Form erhalten geblieben. Der Mittelgipfel fiel 1930 einer Seilbahngipfelstation zum Opfer. 1938 wurde der Westgipfel gesprengt, um Bauplatz für eine geplante Flugleitstelle der Wehrmacht zu gewinnen. Diese wurde jedoch nie gebaut. Die Zugspitze erhebt sich elf Kilometer südwestlich von Garmisch-Partenkirchen und knapp sechs Kilometer östlich von Ehrwald. Über den Westgipfel verläuft die Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Damit gehört das Zugspitzmassiv zum deutschen Bundesland Bayern und zum österreichischen Tirol. Verwaltende Gemeinden sind auf bayerischer Seite Greinau und Garmisch-Partenkirchen, sowie auf der Tiroler Seite Ehrwald. Nach Westen fällt das Zugspitzmassiv in das Tal der Leusach ab, die das Massiv nach Nordosten in einem Bogen umfließt, während von ihm im Osten die Flüsse Hammersbach und Patnach entspringen. Südlich trennt das Geisttal mit der Leutascher Ache das Wettersteingebirge von der Miminger Kette. Im Norden befindet sich der Eibsee zu Füßen der Zugspitze. Der nächst höhere Berg in der Umgebung ist der Zwölferkogel mit einer Höhe von 2.988 Meter in den Stubayer Alpen, sodass für die Zugspitze der Dominanzwert 25,8 Kilometer beträgt. Als Referenzpunkt für die Schartenhöhe dient die Passayer Spitze mit einer Höhe von 3.036 Meter. Um sie von der Zugspitze zu besteigen, muss bis zum Fernpass, der eine Höhe von 1.216 Meter hat, abgestiegen werden, sodass sich eine Schartenhöhe von 1.746 Meter ergibt. Zugspitzmassiv Das Massiv der Zugspitze umfasst weitere Gipfel. Nach Süden wird das Zugspitzblatt in einem Bogen vom Zugspitzeck mit einer Höhe von 2.820 Meter und Schneefernerkopf mit einer Höhe von 2.847 Meter den Wetterspitzen mit einer Höhe von 2.747 Meter den Wetterwandegg mit einer Höhe von 2.698 Meter den Platzspitzen mit einer Höhe von 2.679 Meter sowie den Gatterlköpfen mit einer Höhe von 2.490 Meter umrahmt. Das Massiv endet mit dem Gattal mit einer Höhe von 2.024 Meter einer Scharte zum Hochwanner hin. Von der Zugspitze nach Osten verläuft der Jubiläumsgrad in Richtung Alpspitze und Hochblassen über die Höllentalspitzen. In nordöstlicher Richtung zieht der kurze Riffelwandkamm über die Riffelwandspitzen mit einer Höhe von 2.626 Metern und die Riffelköpfe mit einer Höhe von 2.459 Metern zur Riffelscharte mit einer Höhe von 2.161 Metern. Von hier verläuft der Wachsensteinkamm über die Riffelspitzen bis hin zum Wachsenstein. Zugspitzblatt Das Blatt, auch Zugspitzblatt genannt, ist eine Hochfläche unterhalb des Zugspitzgipfels in südlicher und südöstlicher Richtung auf einer Höhe zwischen 2.000 und 2.650 Metern. Es bildet den Abschluss des Rheintals und ist durch Verwitterung, Verkastung und glaziale Überprägung entstanden. Die Fläche enthält Rundhöcker, Dolinen, Karren oder Schratten als Folge der Eiszeiten. Außerdem sind von verschiedenen Kaltzeiten Moränen zurückgeblieben. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war das Blatt zum letzten Mal vollständig vergletschert. Heute besteht es zu 52% aus Schutt, zu 32% aus anstehendem Gestein und zu 16% vor allem im mittleren und unteren Bereich aus Böden mit Vegetation. Klima Klimatisch gesehen liegt die Zugspitze in der gemäßigten Klimazone und im Bereich der Westwindzone. Als erstes hohes orographisches Hindernis dieser Westwinde in den Alpen ist die Zugspitze Wetterereignissen besonders ausgesetzt. Es kommt zum sogenannten Nordstau der Alpen, der die feuchten Luftmassen staut und für intensive Niederschläge sorgt. Andererseits hat die Zugspitze damit gleichzeitig eine abschirmende Funktion für südlicher gelegene Alpenteile. Dem Nordstau entgegengesetzt wirkt die Föhnwetterlage, die an 60 Tagen pro Jahr in der Region auftritt. Dabei strömen trockene und warme Luftmassen von Süd nach Nord. Sie können im Winter für außergewöhnlich hohe Temperaturen sorgen. Allerdings herrscht auf der Zugspitze trotzdem durchschnittlich an 310 Tagen Frost. Vergleichbare Werte sind erst wieder auf Spitzbergen im Arktischen Ozean anzutreffen. Für die Normalperiode zwischen 1961 und 1990 betrug der jährliche Durchschnittsniederschlag auf der Zugspitze 2003,1 mm. Niederschlagsreichster Monat war dabei der April mit 199 mm, Niederschlagsärmster der Oktober mit 108,8 mm. Im Vergleich betrug der Wert für das Jahr 2009 2070,8 mm. Auch hier war wiederum der niederschlagsreichste Monat der März mit 326,2 mm und Niederschlagsärmste der Januar mit 56,4 mm. Die durchschnittliche Temperatur in dieser Normalperiode betrug mit minus 4,8 Grad Celsius, wobei der Juli sowie der August mit 2,2 Grad Celsius am wärmsten und der Februar mit minus 11,4 Grad Celsius am kältesten waren. Verglichen damit betrug die Durchschnittstemperatur im Jahr 2009 minus 4,2 Grad Celsius, am wärmsten war der August mit 5,3 Grad Celsius und am kältesten der Februar mit minus 13,5 Grad Celsius. Durchschnittlich schien die Sonne in der Normalperiode an 1846,3 Stunden im Jahr, am sonnenreichsten war der Oktober mit 188,8 Stunden und am sonnenärmsten der Dezember mit 116,1 Stunden. Im Jahr 2009 gab es an 1836,3 Stunden Sonnenschein, den wenigsten im Februar mit 95,4 Stunden und den meisten im April mit 219 Stunden. 2009 war gemäß der Wetterbilanz des Deutschen Wetterdienstes die Zugspitze mit minus 4,2 Grad Celsius im Jahresmittel der kälteste Ort Deutschlands. Die tiefste gemessene Temperatur auf der Zugspitze betrug am 14. Februar 1940 minus 35,6 Grad Celsius. Der 5. Juli 1957 brachte die höchste gemessene Temperatur, ihr Wert betrug 17,9 Grad Celsius. Eine Sturmböe am 12. Juni 1985 erreichte mit 335 Stundenkilometern die höchste auf der Zugspitze gemessene Windgeschwindigkeit. Im April des Jahres 1944 maßen die Wetterbeobachter eine Schneehöhe von 8,3 Meter. Geologie Alle gebirgsbildenden Schichten bestehen aus Sedimenten des Mesozoicums, die sich ursprünglich auf den Meeresboden abgelagert haben. Der Sockel des Berges besteht aus Muschelkalkschichten, der obere Bereich wird von Wettersteinkalk gebildet. Mit bis zu 800 Meter hohen Steilwänden bildet vorwiegend Wettersteinkalk aus der oberen Trias die Wände, Grate, Türme und das Gipfelgestein des Gebirges. Aufgrund des häufigen Vorkommens von marinen Kalkalgen im Wettersteinkalk ist davon auszugehen, dass dieses Gestein einst in einer Lagune entstand. Die Farbe des Gesteins variiert zwischen Grau-Weiß und Hellgrau bis Gefleckt. An mehreren Stellen sind Blei- und Zinkerze enthalten. Diese Bodenschätze wurden zwischen 1827 und 1918 im Höllental durch Bergbau gewonnen. Die dunkelgrauen, fast waagerechten und zum Teil mit Gras bewachsenen Schichten des Muschelkalks ziehen sich vom Fuß der großen Riffelwandspitze bis zu den Ehrwalder Köpfen hin. Bei einem Blick auf die Zugspitz-Nordwand ist zu erkennen, dass das Bergmassiv aus ursprünglich zwei Gebirgen bestand, die übereinander geschoben wurden. Flora Die Flora ist aufgrund der Bodenverhältnisse nicht besonders vielgestaltig, doch zeigt sich die Pflanzenwelt vor allem am Schachen, an der tieferen Wies bei Ehrwald, im Höllengeiß- und Leutastahl besonders farbenfroh. Der schattige und feuchte Norden des Massivs, wie zum Beispiel der Wettersteinwald, gehört zu den artenreichsten Gebieten der Zugspitze. Die Latschenkiefer reicht bis in Höhen von über 1800 Meter. Die Wälder darunter bestehen vorwiegend aus Fichten und Tannen, aber auch Heckenkirsche, Waldmeister, Einbäre, Riesenraute und Ehrenpreis kommen hier vor. Am weniger stark bewachsenen Plätzen blühen schwarze Akelei, Alpenrebe, blauer und gelber Eisenhut, Wetterdistel, Alpenmaßliebchen, Goldfingerkraut, rundblättriger Steinbrech, Mauerhabbichtskraut, Bergminze und Alpen vergiss mal nicht. Auf den felsigen Böden des Bergwaldes gedeihen Fingerkraut, klebriger Salbei, Pestwurzen, Alpenrose, Türkenbunt, Knabenkraut, Fliegen, Ragwurz, vor allem im Höllental, in Krainau und am Eibsee das Maiklöppchen und der Seidelbast. Nach Süden hin wandelt sich das Bild in Lärchen- und Kiefernwälder und in einem Mischwald aus Buchen- und Bergahorn. Auch dort wachsen Latschenkiefern auf höheren Lagen bis über 2000 Metern. Relativ selten sind im ganzen Zugspitzgebiet Linde, Birke, Eberesche, Wacholder und Eibe. Die unterschiedlichsten Arten Mose, die in den Wäldern oft freiliegende Kalksteinfelsen ganz überwuchern, kommen dagegen sehr zahlreich vor. Begrenzt auf trockene Stellen sind Heidelbeere, Moosbeere und Preiselbeere. An geschützten Standorten steht der Frauenschuh. Unterhalb der Wachsensteine sind Felder mit Himbeeren und vereinzelt auch wilde Erdbeeren zu finden. Bis in eine recht große Höhe gedeihen der Alpenmohn und der gegenblättrige Steinbrech. In den Geröllhalden gibt es Heller- und Hornkräuter sowie den weißen Silberwurz, Alpenleinkraut und Moschussteinbrech. Nach der Schneeschmelze sprießen dunkler Mauerpfeffer und Schnee in Cyan als erste. Ihre Samen beginnen bereits im Herbst zu keimen. Auch die bekannten Alpenblumen Edelweiß, Emcian und selten das Alpenfeilchen blühen an der Zugspitze. Fauna In den Felsen um die Zugspitze befindet sich der Lebensraum der Gämsen. Auf der Südseite des Massivs ist das Murmeltier verbreitet. Am Zugspitzgipfel findet sich hauptsächlich die Alpendole, die von fütternden Menschen angezogen wird. Etwas tiefer ist der Bereich des Schneehasen und der Haselmaus. Vorkommende alpine Vögel sind außerdem Steinadler, Schneehuhn, Schneefink, Alpen, Flüllerche und Bergfink. Auch die Felsenschwalbe, der die Schwalbenwand am Kreuzeck ihren Namen verdankte, ist häufig anzutreffen. Die Senke von Mittenwald und Seefeld ebenso wie der Fernpass sind Vogelzugstraßen. In felsigem Gelände leben die Bergeidechse und der Schwarze Alpensalamander auch Bergmandel genannt, der meist nach einem Regenschauer auf Bergsteigen zu sehen ist. Auf der West- und Südseite des Zugspitzmassivs sind vor allem im Juli und August Schmetterlinge wie Apollofalter, alpine Perlmutter, Bläuling, Spanner, Mohren- und Dickkopffalter zu beobachten. Die Wälder um die Zugspitze behagen Rotwild, Eichhörnchen, Wiesel, Auer, Hasel und Birkuhl. Auf den Gletschern leben Gletscherflöhe und Bärtierchen. Gletscher Im Zugspitzmassiv befinden sich drei der fünf deutschen Gletscher, neben dem Höllenthalferner der südliche und der nördliche Schneeferner. Höllenthalferner Der Höllenthalferner liegt nordöstlich der Zugspitze in einem Kar unterhalb des Jubiläumsgrates im Süden und den Riffelwandspitzen im Westen und Norden. Er ist nach Nordosten exponiert. Das Nährgebiet wird von einer Mulde gebildet, in der sich große Lawinen Schneemengen sammeln. Nach Süden hin schottet der Jubiläumsgrad den Gletscher vor Sonneneinstrahlung gut ab. Diese Umstände führten dazu, dass der Gletscher zwischen 1981 und 2006 nur einen relativ geringen Flächenverlust hatte. Seinen neuzeitlichen Höchststand hatte der Höllenthalferner um 1820 mit einer Größe von 47 Hektar. Danach verlor er kontinuierlich an Fläche, bis er sich zwischen 1950 und 1981 wieder um 3,1 Hektar auf 30,2 Hektar vergrößerte. Seitdem verlor der Gletscher bis 2006 eine Fläche von 5,5 Hektar und war nur noch 24,7 Hektar groß. Sein höchster Punkt befand sich 2006 auf 2569 Metern und sein niedrigster auf 2203 Meter. Schneeferner Nördlicher Schneeferner Südwestlich der Zugschwitze befindet sich zwischen Zugspitzeck und Schneeferner Kopf der nach Osten exponierte nördliche Schneeferner. Er ist mit einer Fläche von 30,7 Hektar gemessen im Jahr 2006 der größte deutsche Gletscher. Um das Jahr 1820 war das komplette Zugspitzblatt vergletschert. Von diesem Platt Gletscher sind nur noch der nördliche und der südliche Schneeferner übrig geblieben. Grund für die relativ konstante Flächenentwicklung des nördlichen Schneeferners in den letzten Jahren ist trotz fehlenden Schattens die günstige Gelände Beschaffenheit. Sie führte dazu, dass der Gletscher eher an Mächtigkeit als an Fläche verliert oder gewinnt. In der jüngeren Vergangenheit wurde der Gletscher darüber hinaus von den Skigebietsbetreibern künstlich genährt, in dem große Schneemengen mit Pistenraupen auf den Gletscher geschoben wurden, um die Skisaison zu verlängern. Zu Beginn der 1990er Jahre wurde zudem begonnen, den nördlichen Schneeferner im Sommer mit Kunststoffplanern abzudecken, um ihn vor der Sonneneinstrahlung zu schützen. Einen letzten Höchststand hatte der nördliche Schneeferner im Jahr 1979, als er 40,9 Hektar Maß. Bis zum Jahr 2006 verringerte sich seine Fläsche auf 30,7 Hektar. Der höchste Punkt lag dabei auf 2789 Metern und der niedrigste auf 2558 Metern. Südlicher Schneeferner Der südliche Schneeferner wird umrahmt von den Wetterspitzen und dem Wetterwand Eck. Auch er ist ein Rest des großen Blattgletschers. Der südliche Schneeferner reicht bis hinauf zum Grat und hat deshalb keinen Schutz vor der Sonneneinstrahlung. Inzwischen ist er durch einen freigetauten Felsriegel in zwei Becken geteilt. Es ist umstritten, ob der südliche Schneeferner noch als Gletscher einzustufen ist. Auch der südliche Schneeferner hatte 1979 seinen letzten Höchststand, als er eine Fläche von 31,7 Hektar umfasste. Diese ging jedoch bis 2006 auf 8,4 Hektar zurück. Der höchste Punkt des Gletschers befand sich auf 2665 Metern und der niedrigste auf 2520 Metern. Höhlen Unterhalb des Zugspitzplatzes haben chemische Verwitterungsvorgänge im Wettersteinkalk eine große Zahl an Höhlen und Schächten geschaffen. In den 1930er Jahren wurde die Anzahl der Höhlen auf 300 geschätzt. Erste Forschungen in den Höhlen gab es 1931. Bis 1955 waren 62 Höhlen bekannt, bis 1960 wurden weitere 47 entdeckt. Größere Erkundungen fanden 1935, 1936 sowie zwischen 1955 und 1968 statt. Während einer Expedition im Jahre 1958 wurde der Finkenschacht entdeckt, die bis dahin tiefste Höhle der Zugspitze. Er ist 131 Meter tief, 260 Meter lang und trifft auf einen Wasserlauf. Name Ab dem frühen 14. Jahrhundert begann die Aufnahme von Namen aus dem Wettersteingebirge in Verträge und Karten, die sich im 15. Jahrhundert intensivierte. 1536 wurde ein Grenzvertrag aus dem Jahr 1500 präzisiert, in dem der Verlauf über eine Scharten festgelegt wurde. Im 17. Jahrhundert bekam die Scharte im Vertrag die Ergänzung jetzt Zugspitz genannt. Die erwähnte Scharte bezieht sich auf einen Geländeeinschnitt am Gipfel der Zugspitze und wird in weiteren Quellen immer wieder verwendet. Im Mittelalter war Scharte der verbreitete Name für die Zugspitze. Die Zugspitze wurde erstmals 1590 namentlich erwähnt. In einer Beschreibung der Grenze zwischen der Grafschaft Werdenfels und Österreich heißt es dasselbige von dem Zugspitz und über den Derle und weiter zu einer Leusachbrücke verläuft. Ein weiterer Grenzvertrag besagte 1656 der höchste Wetterstein oder Zugspitz. Aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammt eine Karte, die das Rheintal in der Grafschaft Werdenfels zeigt. Sie stellt das Rheintal vom Rheintaler Hof bis zum Zugspitzblatt dar und enthält markante Punkte in der Umgebung. Details zur Weidenutzung und Wegverläufe darunter auch den Weg über den damals wesentlich größeren Schneeferner in die Gipfelregionen der Zugspitze. Ein eindeutiger Weg zum Gipfel ist auf der Karte nicht zu erkennen. Der Name der Zugspitze leitet sich vermutlich von den Zugbahnen der Lawinen ab, die hier im Winter von den oberen Bereichen des Massivs ins Tal abgehen und charakteristische Lawinen Überreste mit Stein und Geröll hinterlassen. Beim Eibsee gibt es mehrere Flurstücke mit dem gleichen Namensbezug Zug, Zuggasse, Zugstick, Zugmösel oder Zugwankel. Bis ins 19. Jahrhundert war als Name der Zugspitz gebräuchlich. In einer Karte aus dem Jahr 1836 wurde daraus die Zugspitze. Gipfelkreuz Seit 1851 steht auf dem Gipfel der Zugspitze ein Gipfelkreuz. Die treibende Kraft zur Errichtung eines Kreuzes auf dem Gipfel war der Pfarrer Christoph Ott. In seiner Eigenschaft als meteorologischer Beobachter auf dem Hohen Peißenberg sah er die Zugspitze aus der Ferne und ärgerte sich darüber, dass Zitat Der Erste Fürst der bayerischen Gebirgswelt sein Haupt kahl und schmucklos in die blauen Lüfte des Himmels emporhebt, wartend, bis patriotisches Hochgefühl und mutvoller Entschlossenheit es über sich nehmen würden, auch sein Haupt würdevoll zu schmücken. Daraufhin organisierte er für den 11. bis 13. August 1851 eine Expedition mit dem Ziel, auf der Zugspitze ein Gipfelkreuz zu errichten. Durch die Patnacht Klamm und das Rheintal erreichten 28 Träger unter der Führung von Forstbad Karl Kindl die Zugspitze. Die 610 Gulden und 37 Kreuzer teure Unternehmen war erfolgreich. Als Ergebnis stand ein 28 teiliges 14 Fuß hohes vergoldetes Kreuz aus Eisen auf dem Westgipfel. Pfarrer Ott selbst bestieg die Zugspitze jedoch erst 1854. Nach 37 Jahren hatte das Kreuz durch zahlreiche Blitzeinschläge Schaden davon getragen. Überdies waren die Halterungen stark beschädigt. Im Winter 1881 bis 1882 wurde es daher zum ersten Mal ins Tal gebracht und dort renoviert. Am 25. August 1882 brachten sieben Bergführer und 15 Träger das Kreuz wieder nach oben. Weil inzwischen eine Barackenartige Unterkunft auf dem Westgipfel errichtet worden war, platzierten die Männer das Kreuz auf dem Ostgipfel, der damals nur der zweithöchste war. Dort verblieb es knapp 111 Jahre, bis es am 18. August 1993 erneut demontiert wurde. Die Beschädigungen stammten dieses Mal nicht nur von Wettereinflüssen, sondern auch von amerikanischen Soldaten, die am Kriegsende 1945 auf das Kreuz geschossen hatten. Weil das Gipfelkreuz nicht mehr zu reparieren war, wurde eine originalgetreue Nachbildung angefertigt. Nach zwei Monaten transportierte die Zahnradbahn das neue Kreuz am 12. Oktober zum Zugspitzblatt, von wo es mit dem Helikopter zum Gipfel geflogen wurde. Das neue Kreuz hat eine Höhe von 4,88 Metern. Es wurde 2009 für 15.000 Euro renoviert und neu vergoldet und steht seit 22. April 2009 wieder auf dem Ostgipfel. 2012 wurde ein muslimisches Gebetshaus am Gipfel errichtet. Gleichzeitig wurde im neuen Werbeprospekt ein Foto des Gipfels ohne das Gipfelkreuz veröffentlicht. Die Bildauswahl wurde von den bayerischen Kirchen als Verleugnung der religiösen Wurzeln des Landes und deplatzierte Anbiederung an die muslimischen Gäste kritisiert. Chronik Für Aufsehen sorgte am 19. März 1922 der Pilot Franz Heiler, der erstmals ein Flugzeug auf der Zugspitze landete. Die mit Kufen ausgestattete Rumpler CI Doppeldecker Maschine landete auf dem Schneeferner 50 Meter unterhalb des Gipfels. Am 29. April 1927 gelang Ernst Udet, der Start auf dem Schneeferner mit einem Segelflugzeug. Er erreichte nach 25 Minuten Flug Leermoos. Per Seilbahn war der in Einzelteile zerlegte Flieger auf die Zugspitze transportiert worden. Im Winter 1931 1932 wurde eine Poststelle der damaligen Reichspost auf der Zugspitze eingerichtet. Sie existiert noch heute im Restaurant Son Alpin mit der Anschrift 82475 Zugspitze. Vier Jahre nach dem Segelflugstart gelang 1931 der erste Ballonstart von der Zugspitze. Im April 1933 wurde der Berg von 24 SA-Männern besetzt, die auf dem Turm der Wetterstation eine Hakenkreuzfahne hissten. Einen Monat später formierten sich SA- und SS-Männer auf dem Schneeferner in Form eines Hakenkreuzes. Am 20. April 1945 warf die US-Luftwaffe über der Zugspitze Bomben ab, welche die Talstation der Tiroler Zugspitzbahn zerstörten und das Kammhotel beschädigten. Nach Beendigung des Krieges beschlagnahmten die Alliierten die Zugspitzbahn und das Schneeferner Haus. 1948 nahm die Deutsche Post eine Richtfunkanlage auf dem Gipfel in Betrieb. Im September desselben Jahres balancierten drei Artisten auf Stahlseilen zwischen Ost- und Westgipfeln. Zwei Mitglieder der Traber-Familie fuhren dieselbe Strecke 1953 auf einem Hochseil mit dem Motorrad. Seit 1953 findet auf dem Gattal jährlich die Gattal-Messe statt. Anlass ist das Gedenken an den Lawinentod von vier bayerischen Grenzpolizisten 1952 und an alle tödlich verunglückten im Zugspitzgebiet. Im Jahr 1962 zerstörte ein Brand das Kammhotel bei der Bergstation der Tiroler Zugspitzbahn. Das Erdbeben von Friaul 1976 wirkte auf der Zugspitze besonders stark. Der diensthabende Meteorologe befürchtete dabei, der Beobachtungsturm könnte einstürzen. Auf dem Zugspitzblatt wurde 1981 eine Kapelle gestiftet, die der Erzbischof von München und Freising Josef Ratzinger im Oktober Marie Heimsuchung weihte. Am 25. März wurde in der Gipfelstation ein Geldautomat installiert, der aber mittlerweile wieder demontiert ist. 1995 erfolgte die Eröffnung eines 450 Quadratmeter großen Ausstellungsraumes auf dem Gipfel, in dem Künstler halbjährlich wechselnd ihre Werke präsentieren. Ebenfalls 1995 wurde der Grenzverkehr zwischen Deutschland und Österreich auf dem Gipfel freigegeben. Seit dem Jahr 2000 wird jährlich der Zugspitz Extremberglauf ausgetragen. Er sorgte im Juli 2008 für ein großes mediales Echo, als nach einem sommerlichen Wettersturz zwei Teilnehmer an Erschöpfung und Unterkühlung starben. Ende August 2009 balancierte der Schweizer Freddy Nock auf dem Seil der Zugspitzgletscherbahn vom Zugspitzblatt zum Gipfel. Die 995 Meter lange und bis zu 56 Prozent steile Strecke mit einem Höhenunterschied von 348 Metern legte er ungesichert in 50 Minuten zurück. Am 20. August 2011 balancierte Nock wieder über das Seil der Zugspitzgletscherbahn jedoch verzichtete er diesmal auf eine Balancierhilfe. Alpinismus Erstbesteigung Es gibt einige Vermutungen über die Erstbesteigung der Zugspitze. Eine Zeitentabelle auf einer Karte aus dem 18. Jahrhundert beschreibt den Weg übers Platt auf Zugspitze und gibt eine realistische Dauer von 8,5 Stunden an, sodass angenommen wird, der Gipfel könnte schon vor 1820 bestiegen worden sein. Der Historiker Thomas Linder glaubt, dass Hirten oder Jäger mindestens bis in die Gipfelregionen vorgestoßen sind. Denkbar ist auch, dass Schmuggler Wege über den Zugspitzgipfel benutzten. Bereits 1804 hatten in der Umgebung kartografische Aufnahmen für die Grafschaft Werdenfels stattgefunden. Es gibt Mutmaßungen, dass aufgrund dieser Arbeiten der kurfürstliche Ingenieur-Geograf Alois von Coulon auch den Gipfel erreicht hatte. Da Coulon für das topografische Büro arbeitete, ist es jedoch unwahrscheinlich, dass dort die Besteigung nicht zur Kenntnis genommen worden wäre. Die erste nachgewiesene Besteigung der Zugspitze gelang am 27. August 1820 dem Leutnant Josef Naus und dem Bergführer Johann Georg Tauschel zusammen mit Naus Messgehilfen und Offiziers Burschen Mayer. Bereits am 21. Juli hatte Naus den Weg durch das Rheintal bis zum nördlichen Schneeferner erkundet. Der Leutnant befand sich im Rahmen eines Vermessungsauftrages des königlich-bayerischen topografischen Büros für den Atlas von Bayern im Wädenfelser Land. Als Gruppe steigen die drei zusammen mit Hauptmann Jetze und Leutnant Antlitschek am 26. August zur Hirtenunterkunft Angerhütte auf. Am 27. August um 4 Uhr morgens starteten die drei Erstbesteiger in Richtung Zugspitzblatt und Zugspitzgipfel. Vom Schneeferner aus versuchten sie den Westgipfel über den Westgrat zu erreichen. Der erste Versuch schlug fehl, der zweite war erfolgreich. Den Westgipfel erreichten sie schließlich um 11.45 Uhr, wo sie als Zeichen ihrer Anwesenheit einen Bergstock mit Tuch hinterließen. Ein Gewitter und Schneefall ließen die Erstbesteiger schnell wieder absteigen. Sie kehrten am 28. August gegen drei Uhr nachts zur Hirtenhütte zurück. Der Bergführer Tauschel erhielt einen Lohn von zwei Gulden und 42 Kreuzer. Erschließungsgeschichte Im Jahr 1823 erreichten Simon Resch und der Schaf Toni zum ersten Mal den Ostgipfel. Auch die zweite Besteigung des Ostgipfels am 18. September 1834 gelang Simon Resch mit seinem Sohn Johann und dem Bergführer Johann Barth. Da Rechs erste Besteigung angezweifelt worden war, wurde dieses Mal auf dem Gipfel ein Feuer angezündet. Am 27. kam es zur dritten Besteigung des Ostgipfels durch die königlichen Forstgehilfen Franz Oberst und Schwepfinger zusammen mit Johann Barth. Oberst errichtete am Gipfel eine Fahnenstange mit Bayernflagge, die vom Tal aus sichtbar war. Die erste Besteigung von Österreich aus gelang im August 1837. Von Erwald aus stiegen die Vermesser Josef Feuerstein und Josef Sonnweber auf den Westgipfel und hinterließen dort eine Signalstange mit ihren Initialen. Zum dritten Mal wurde der Westgipfel am 10. September 1843 durch den Schafhirten Peter Pfeiffer bestiegen. Er erkundete den Weg für eine Gruppe von acht Bergsteigern, die den Gipfel später im Auftrag von Bayerns Grundprinzessin Marie erreichten. Sie ließ den Weg für eine eigene Besteigung der Zugspitze prüfen. Am 22. September 1853 stand mit Carolin Pitzner die erste Frau auf der Zugspitze. Eine erste Überschreitung zwischen West- und Ostgipfel glückte 1857 Dr. Hertringer aus München und dem Bergführer Josef Ostler. Den irischen Brüdern Trench und dem Engländer Cluster gelang am 8. Juli 1871 unter Führung der Brüder Josef und Josef Sonnweber die Besteigung des Westgipfels durch das österreichische Schneekar. Der Weg durch das Höllental auf die Zugspitze wurde am 26. September 1876 zum ersten Mal von Franz Tillmetz Franz Johannes mit den Führern Johann und Josef Deng begangen. Die erste Winterbesteigung des Westgipfels fand am 7. Januar 1872 statt. Die Begeher waren Ferdinand Kilger, Heinrich Schweiger, Josef und Heinrich Zahmetzer sowie Alois Zott. Der Jubiläumsgrad wurde am 2. September 1897 in seiner ganzen Länge erstmals durch Ferdinand Henging begangen. Die Besteigungszahlen der Zugspitze stiegen jährlich stark an. Wurde der Gipfel 1854 22 Mal bestiegen gab es bis zum Jahr 1899 schon 1600 Besteigungen. Vor dem Bau einer Seilbahn im Jahr 1926 waren es schon über 10.000. Normalwege Zugspitzblatt über Rheintal oder Gattal Der leichteste der Normalwege führt durch das Rheintal und ist der Weg der Erstbesteiger. Gleichzeitig ist er auch der längste Anstieg. Ausgangspunkt ist das Skistadion in einer Höhe von 730 Metern von Garmisch Patenkirchen. Durch die Patnacht Klamm führt der Weg entlang der Patnacht zur Bockhütte auf einer Höhe von 1052 Metern wo das Rheintal beginnt. Oberhalb der Patnacht die zwischendurch versickert führt der Weg bis zur Rheintal Anger Hütte auf einer Höhe von 1370 Metern. Bis dorthin ist der Anstieg relativ flach mit Danach aber steiler. Von der Hütte geht es durchs Brunntal hinauf zur Knorr Hütte auf einer Höhe von 2057 Metern die am Ostrand des Zugspitzplatz steht. Hier trifft auch die Variante von Ehrwald über das Geisthal und das Gattal auf den Rheintal Weg. Über das Zugspitzblatt führt die Route nun in Richtung nördlicher Schneeferle. Oberhalb der Station Sonnalpin beginnt am Punkt 2815 der versicherte Teil des Anstiegs zum Zugspitzgipfel. Höllen Insgesamt sind auf der Tour 2232 Höhenmeter zu überwinden. Die reine Gehzeit beträgt zwischen 8 und 10 Stunden. Höllental In Hammersbach auf einer Höhe von 758 Metern beginnt der Anstieg über das Höllental entlang des Hammersbaches. Der Weg durch die Höllental Klamm wurde in den Jahren 1902 bis 1905 gebaut. Dabei wurden in der 1026 Meter langen Klamm 12 Tunnel mit einer Länge von 288 Metern geschaffen. Weitere 569 Meter Weg wurden als Halb Profil aus dem Fels gesprengt, während 120 Meter auf Stegen und 49 Meter über Geröll verlaufen. Die Baukosten betrugen insgesamt 57.000 Goldmark. Jährlich durchqueren rund 60.000 Menschen die Klamm. Auf dem Stangensteig kann die Klamm auch umgangen werden. Nach der Klamm folgt die Höllental Anger Hütte, danach mit der Höllental Anger überquert. Oberhalb davon quert man das Brett mit Stahlstiften in einer Felswand. Über den grünen Buckel geht es auf den Höllental zu. Der Gletscher ist im Sommer meist ab her, sodass für seine Überquerung Steigeisen nötig sind. Noch größere Schwierigkeiten bereitet aber die Randkluft, da sich das Eis durch Abschmelzung immer weiter vom Fels entfernt. Nach dem Ferner führt ein Klettersteig auf den Gipfel der Zugspitze. Auf dieser Tour sind 2204 Höhenmeter zu überwinden, für die zwischen 7 und 8 Stunden benötigt werden. Es besteht auch die Möglichkeit über den Riffelsteig vom Alpsee auf die Höllentalroute zu gelangen. Über die Riffelscharte trifft der Steig vor dem Brett auf den Tourverlauf. Österreichisches Schneekar Ein dritter Aufstieg führt über das österreichische Schneekar. Ausgangspunkte sind der Eibsee auf einer Höhe von 950 Metern oder Ehrwald auf einer Höhe von 1000 Metern. Die beiden Wege treffen oberhalb des Gamskars zusammen. Danach geht es weiter zur Wiener Neustädter Hütte auf einer Höhe von 2209 Metern und durch das österreichische Schneekar, an dessen Ende wiederum ein Klettersteig beginnt. In dessen Verlauf wird der Stopselzieher eine natürliche Auswaschungshöhle durchstiegen. Der Weg trifft dann auf die versicherten Passagen des Rheintal Anstieges. In acht Stunden sind dabei mindestens 2.012 Höhen Höhen Meter zu überwinden. Jubiläumsgrat Einen der bekanntesten Gratrouten der Ostalpen ist der Jubiläumsgrat, der von der Zugspitze nach Osten verläuft und über die innere Höllentalspitze auf einer Höhe von 2737 Metern, mittlere Höllentalspitze auf einer Höhe von 2740 Metern und äußere Höllentalspitze auf einer Höhe von 2716 Metern sowie die Vollkarspitze auf einer Höhe von 2630 Metern zum Hochblassen auf einer Höhe von 2707 Metern führt. Davor zweigt die Route in Richtung Grießkarscharte auf einer Höhe von 2463 Metern und zur Alpspitze auf einer Höhe von 2628 Metern ab. Der Grat wurde zwischen 1909 und 1915 von der DAV Sektion München teilweise mit Drahtseilen versichert. Ursprünglich wurde die Tour Jubiläumsweg genannt. Nach einer tragischen Rettungsaktion 1979 ersetzte die Bezeichnung Jubiläumsgrat diese irreführende und einfachheit suggerierende Benennung. Während der Tour, die kein reiner Klettersteig ist, müssen immer wieder unversicherte Passagen überwältigt werden, die dem unteren dritten Schwierigkeitsgrad entsprechen. Die klettertechnische Schlüsselstelle ist eine glatte Rinne im Schwierigkeitsgrad 3-. Im Bereich der Vollkarspitze befindet sich die klettersteigtechnische Schlüsselstelle in Schwierigkeitsgrad D. Die Schwierigkeiten auf der ungefähr 8 Kilometer langen Kletterstrecke liegen um 1 und 2 sowie B. Normalerweise kann die Begehung im Sommer an einem Tag bewältigt werden. Zwischen mittlerer und äußerer Höllentalspitze steht die Höllengrathütte auf einer Höhe von 2684 Metern, eine Biwakschachtel. Sie wird meist bei Winterbegehungen genutzt, bei denen die Tour in zwei Abschnitte gegliedert wird. Ein Zustieg zur Tour ist auch von der Knorrehütte über den Brunntalgrat möglich und trifft im Bereich der inneren Höllentalspitze auf die Route. Unterkünfte Im Bereich der Zugspitze befinden sich zahlreiche Berghütten. Im Höllental ist die Höllental Angerhütte auf 1381 Metern mit 88 Matratzenlagern ein Stützpunkt. Unterkünfte im Rheintal sind die Rheintal Angerhütte auf 1370 Metern mit 90 Schlafplätzen und am Rand des Zugspitzplatzes die Knorrehütte auf 2051 Metern mit 108 Übernachtungsplätzen. Die Knorrehütte war 1855 die erste Hütte im gesamten Wettersteingebirge. Alle Hütten sind je nach Witterung von Mai bis Oktober geöffnet. Direkt an der Zugspitze befinden sich mit der Wiener Neustädter Hütte und dem Münchner Haus zwei weitere Hütten. Das Schneeferner Haus, ein früherer Hotel- und Gastronomiebetrieb, ist heute eine Forschungsstation und bietet keine Übernachtungsmöglichkeit für Gäste mehr an. Wiener Neustädter Hütte Als erste Hütte an der Zugspitze wurde die Wiener Neustädter Hütte auf einer Höhe von 2209 Metern im Jahr 1884 erbaut. Sie dient für den bereits 1879 eröffneten Klettersteig durch das österreichische Schneekar als Stützpunkt. Die Hütte befindet sich am Westrand des Kars und steht unterhalb der Tiroler Zugspitzbahn. Vom österreichischen Touristenclub betrieben, bietet sie 34 Bergsteigern in der Zeit von Juli bis Oktober eine Übernachtungsmöglichkeit. Münchner Haus Seit 1883 steht knapp unter dem Westgipfel eine Unterkunft. Damals errichtete die Alpenvereins Sektion München eine Holzhütte mit Platz für 12 Personen. Obwohl eine weitere touristische Erschließung des Gipfels auch kritisiert wurde, forderten in der Folge immer mehr Mitglieder den Bau einer größeren Hütte. So wurde schließlich das Münchner Haus auf einer Höhe von 2959 Metern errichtet. Zunächst wurde 1896 ein 200 Quadratmeter großer Bauplatz in den Fels gesprengt. Die bis zum 19. September 1897 errichtete Berghütte kostete 36.615 Goldmark. Sie war mit einer 21 Kilometer langen Telefonleitung und einem 5,5 Kilometer langen Blitzableiter versehen. In den Jahren 1911 bis 1914 wurde die Hütte erweitert und erhielt ihr heutiges Aussehen. Sie bietet 30 Betten zur Übernachtung und ist von Mai bis Oktober geöffnet. Es übernachten dort durchschnittlich 2000 Personen pro Jahr. Hinzu kommen Tagestouristen. Schneeferner Haus Das Schneeferner Haus auf einer Höhe von 2656 Metern war ab 1930 zunächst der Bahnhof der Bayerischen Zugspitzbahn. Im Juni 1931 wurde das angebaute Hotel eingeweiht. Nach dem Krieg beschlagnahmten die US-Streitkräfte das Haus als Recreation Facility auf Deutsch Erholungszentrum. Erst 1952 wurde es wieder freigegeben und renoviert. Wiedereröffnung war im Dezember des selben Jahres. Am 15. Mai 1965 ereignete sich ein schweres Lawinenunglück. Die Lawine hatte sich oberhalb des Hauses gelöst und war über die Sonnenterrasse hinweg gefegt. Dabei verloren zehn Menschen das Leben und 21 wurden schwer verletzt. Ende der 1980er Jahre wurde der Bahnhof verlegt und der Hotel- und Gastronomiebetrieb im Jahr 1992 eingestellt. Zwischen 1993 und 1997 erfolgte der umfangreiche Umbau zu einer Forschungsstation die bereits 1996 in Betrieb genommen wurde. Während der Arbeiten kam es 1994 zu einem Brand, der den fünften Stock und das Dachgeschoss völlig zerstörte. Skisport Seit 1949 gibt es auf dem Zugspitzblatt ein Skigebiet, gegenwärtig betrieben von der Bayerischen Zugspitzbahn Bergbahn AG auf einer Höhe von 2000 bis 2720 Metern. Die Skifahrer erreichen es über die Seilbahnen von Ehrwald und Eibsee aus oder mit der Zahnradbahn. Von den Zugspitz Gipfelstationen der Seilbahnen bringt eine Großkabinenbahn die Wintersportler zur Station Sonnalpin, wo sich auch die einzigen Restaurants des Gebiets befinden. Über das Blatt verteilt werden die Skifahrer von fünf Liften transportiert. Seit dem Winter 2012 2013 gibt es zwei Sesselbahnen sowie drei Schlepplifte, von denen zwei als Parallelschlepplift Anlagen, das heißt mit zwei gleichlangen nebeneinander verlaufenden Anlagen betrieben werden. Diese acht Lüfte haben eine mögliche Förderleistung von 11.640 Personen pro Stunde. Die größte Kapazität haben dabei die Sechser Sesselbahnen mit jeweils 2.200 Personen. Zum Beginn der Wintersaison 2012 2013 wurde als Ersatz für die Doppelschlepp Liftanlage Wetterwand Eck der neue Sechser Sessellift zum Wetterwand Eck fertiggestellt. Höhenunterschied 300 Meter Kapazität bis zu 2.200 Personen pro Stunde Länge 1.600 Meter damit längster Lift auf dem Zugspitzblatt 67 Sechsersessel Insgesamt sind die Beförderungsanlagen 6050 Meter lang und überwinden einen Höhenunterschied von 1535 Metern. Der Schlepplift Weißestal überwindet mit 350 Metern den größten Höhenunterschied. Das Gebiet besteht aus 13 Skipisten mit mittlerer Schwierigkeit Farbe Rot und einem Pistenverbund leichter Schwierigkeit Farbe Blau auf dem nördlichen Schneeferner. Daraus ergibt sich ein Gesamthöhenunterschied von ca. 2.900 Metern und eine Gesamtpistenlänge von ungefähr 20 Kilometern darunter 14 Kilometer mit mittlerer Schwierigkeit. Längste Piste ist der Super G mit 2,9 Kilometern bei 500 Metern Höhenunterschied. Darüber hinaus bestand bis in den Winter 2011 2012 ein Funpark und die Möglichkeit den Gebrauch von Lawinen verschütteten Suchgeräten zu trainieren. Für Skitouren Geher ist besonders die Route von Ehrwald über das Gatterl von Bedeutung. Die Neue Welt genannte Abfahrt vom Schneefernerkopf nach Ehrwald gilt als extrem schwierige und gefährliche Steilabfahrt, die neben Steigungen von bis zu 40 Grad auch Abseilstellen aufweist. Bahnen Tiroler Zugspitzbahn Die erste Luftseilbahn ins Zugspitzmassiv war die Tiroler Zugspitzbahn. 1923 wurde in Reute die österreichische Zugspitzbahn AG gegründet, die 1924 eine Konzession zum Bau einer Seilbahn von Ehrwald auf das Zugspitzeck erhielt. Nach 14 Monaten Bauzeit war die Bahn bis Juli 1926 fertiggestellt und ein Hotel genannt Kammhotel errichtet. Die Bahn endete auf 2805 Metern, sodass mit ihr der Gipfel nicht direkt erreicht werden konnte. Um Skifahrer auf das Zugspitzblatt zu befördern, war ein Tunnel nötig. Er wurde zwischen 1927 und 1929 gebaut und war 700 Meter lang. 1937 übernahm die Bayerische Zugspitzbahn AG mit 99 Prozent die Mehrheit an der österreichischen AG. Im selben Jahr wurde der Tunnel bis zum Schneeferner Haus verlängert. Nach dem Krieg wurde die Seilbahn als deutscher Besitz im Ausland enteignet und ging wieder in österreichisches Eigentum über. Am 15. Mai 1964 erfolgte die Eröffnung einer Gipfelseilbahn als Verbindung der österreichischen Endstation mit dem Gipfel. Im Juli 1991 war der Neubau der Seilbahn von Ehrwald Ehrwald auf den Gipfel abgeschlossen. Sie ist 3,6 Kilometer lang und führt von Ehrwald Obermoos auf einer Höhe von 1225 Metern über drei Stützen auf die Zugspitze auf eine Höhe von 2950 Metern. Im Februar 2003 beschädigte ein Brand in der Talstation die Bahn schwer. Sie konnte im August desselben Jahres wieder eröffnet werden. Bayerische Zugspitzbahn Nach dem Beginn des Baus der Jungfraubahn auf das Jungfraujoch 1896 und der Eröffnung der Gorner Gratbahn 1898 in der Schweiz gab es auch erste Pläne für eine technische Erschließung der Zugspitze. Ein erstes Gesuch lehnte Prinzregent Luitpold von Bayern 1899 ab, weil er Zitat keinerlei Verkehrsbedürfnis sah. 1914 wurde erstmals eine Planungsgenehmigung für eine solche Bahn erteilt, die jedoch wegen des Ersten Weltkrieges scheiterte. 1925 wurde eine weitere Konzession erteilt, die allerdings verfiel. Am 1. April 1928 erhielt ein Konsortium mit einem Kapital von 5 Millionen Reichsmark die Genehmigung für den Bau Bahn zwischen Garmich Patenkirchen über den Alpsee hinauf zur Zugspitze, genannt Bayerische Zugspitzbahn. Die Fertigstellung war für den Beginn der Oberammergauer Passionsspiele 1930 geplant. Um diese knappe Bauzeit einhalten zu können, wurde der Zugspitztunnel nicht nur von unten herauf gebohrt, sondern auch von oben und mit Hilfe der Fenster 1, 3, 4 und 0 in der Nordwand vorangetrieben. Über diese künstlichen Wandöffnungen wurden die Arbeiter durch Hilfsseilbahnen mit dem nötigen Material versorgt. Insgesamt bewegten teilweise bis zu 2500 Arbeiter, 85.000 Kubikmeter Erde und 160.000 Kubikmeter Fels. Sie verbrauchten dabei knapp 198 Tonnen Sprengstoff. Bei den Bauarbeiten verloren zehn Menschen ihr Leben. Am 8. Februar gelang der Tunneldurchbruch zum Zugspitzblatt. Die Eröffnung der Bahn war am 8. Juli 1930. Das Hotel Schneefernerhaus am Bahnhof Zugspitzblatt wurde wie die Gipfelseilbahn am 20. Januar 1931 eröffnet. Die Seilbahn wurde 1977 zu einer Großkabinenbahn ausgebaut und 1992 erneut modernisiert. 1950 erbaute man eine Verbindungsseilbahn zwischen Schneefernerhaus und Zugspitzblatt, die 1966 erneuert wurde. Zwischen 1985 und 1988 wurde der Endbahnhof nach unten verlegt, sodass er seitdem mitten im Skigebiet liegt. Zwischen Garmisch auf einer Höhe von 705 Metern und Greinau auf einer Höhe von 751 Metern verläuft die Bahn als Reibungsbahn und im Anschluss daran bis zur Endstation Gletscherbahnhof auf einer Höhe von 2588 Metern als Zahnradbahn. Die Strecke ist insgesamt 19 Kilometer lang, wovon 4,4 Kilometern durch den Zugspitztunnel verlaufen. Eine Fahrt dauert ungefähr 45 Minuten. Vom Bahnhof führt die Zugspitz Gletscherbahn auf den Gipfel. Auf der Bahnstrecke kam es jeweils 1999 und 2000 zu Kollisionen, bei denen mehrere Menschen verletzt wurden. Eibsee Seilbahn Erste Pläne für eine Seilbahn vom Eibsee zur Zugspitze gab es bereits 1909 mit der Genehmigung zur Projektierung, die 1911 verlängert wurde. Das Projekt scheiterte jedoch an mangelnden Finanzierungsmöglichkeiten. 1960 erhielt die Bayerische Zugspitzbahn AG die Konzession für die Eibsee Seilbahn. Bis zum Dezember 1962 wurde eine 4500 Meter lange Seilbahn zwischen Eibsee auf einer Höhe von genau 1000 Metern und Gipfel gebaut. Sie verläuft über zwei 65 und 85 Meter hohe Stützen und überwindet 2000 Höhenmeter. Die Neigung beträgt bis zu 46 Grad. Bei der Jungfernfahrt am 1. Dezember 1962 führte eine Blockade des elektronischen Bremssystems zu einem Abbruch der Eröffnung. Die Kabine mit den Ehrengästen war mitten auf der Strecke stecken geblieben. Seilprobleme bei Stürmen sorgten dafür, dass die Bahn ihren Betrieb erst am 15. Mai 1963 aufnehmen konnte. 1973 wurde die obere Stütze von einer Lawine schwer beschädigt. Derzeit laufen Planungen die Seilbahn wegen der starken Auslastung vor allem während den Sommermonaten durch eine leistungsfähigere zu ersetzen. Die Bauarbeiten könnten im Jahr 2015 beginnen. Forschung Wetterwarte Zugspitze Von Juli 1899 bis Juli 1900 wurde am Münchner Haus ein meteorologisches Observatorium, die königlich-bayerische meteorologische Hochstation Zugspitze angebaut und am 19. Juli 1900 eingeweiht. Erster Wetterbeobachter war der spätere Antarktisforscher Josef Enzensberger, der dort oben sieben Monate überwinterte. Das Observatorium wird seit dem 11. November 1952 vom Deutschen Wetterdienst betrieben. Seit der Inbetriebnahme gibt es von der Zugspitze fast lückenlose Wetterbeobachtung. Die einzige Unterbrechung der Messreihen trat nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen dem 5. Mai und dem 9. August 1945 ein. Die im 24-Stunden-Dienst betriebene Station liefert täglich 24-stündliche Wettermeldungen mit Temperatur, Luftdruck, Strahlung, Windgeschwindigkeit sowie Art und Grad der Bewölkung. Alle 6 Stunden erfolgt eine Niederschlagsmessung und alle 12 Stunden die Aufnahme der Temperaturextremwerte, des Erdbodenzustandes und der Schneehöhe. Die tägliche Sonnenscheindauer misst ein Autograph. Seit 1994 ist die Wetterwarte Teil des Integrierten Mess- und Informationssystems zur Überwachung der Umweltradioaktivität, abgekürzt IMIS, des Deutschen Wetterdienstes. Bei diesen Messungen werden in jedem Winter erhöhte Cäsium-137 Werte gemessen, weil vermehrt radioaktiv verseuchtes Holz verbrannt wird. Diese Radioaktivität ist noch die Folge der Katastrophe von Tschernobyl, wobei die Werte aber unbedenklich sind. Als 1998 in einem spanischen Stahlwerk versehentlich eine Kapsel mit Cäsium-137 verbrannt wurde, überschritten die Werte mit 0,000002 Becquerel zum bisher einzigen Mal deutlich den Normalwert. Neben der vom Deutschen Wetterdienst, abgekürzt DWD, betriebenen Wetterwarte, werden auf dem Gipfel auch Daten für Forschungsprojekte am Institut für Meteorologie und Klimaforschung, abgekürzt IMK-IFU, des Karlsruher Instituts für Technologie, abgekürzt KIT, gesammelt. Dort beschäftigt man sich mit dem Einfluss menschlicher Aktivitäten auf die chemische Zusammensetzung der Erdatmosphäre. Außerdem ist die Zugspitze Teil des Global Atmosphere Watch Programms, das weltweit klimarelevante Stoffe in der Atmosphäre misst. Dafür wurde auf dem Dach der Gipfelstation ein Spektrometer eingebaut, das die Dicke der Erdatmosphären Schichten feststellt. Schneeferner Haus Nach der Schließung des Hotels Schneeferner Haus und dem Umbau zu einer Forschungsstation in den Jahren 1993 bis 1997 begannen ab 1996 verschiedene Institutionen ihre Forschung. Die Station wird Umweltforschungsstation Schneeferner Haus abgekürzt UFS genannt. Sie kann ganzjährig mit den Seilbahnen oder mit einer Sonderfahrt bis zum alten Bahnhof mit der Zahnradbahn erreicht werden. Die Grundausstattung stammt aus Mitteln des Bundesforschungsministeriums und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Als Dauermieter sind in der UFS der Deutsche Wetterdienst mit Meteorologie und radiologischen Messungen und das Umweltbundesamt mit luftchemischen Messungen beschäftigt. Zur Zeit Stand 2009 finden folgende Forschungsprojekte statt. Die UFS bearbeitet ein Projekt, in dem atmosphärische Messdaten von Satelliten auf ihre Verwertbarkeit getestet werden. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und das Deutsche Fernerkundungsdaten Zentrum beteiligen sich an einem globalen Netzwerk, das eine Früherkennung von Klimasignalen in den oberen Luftschichten ermöglichen soll. In 87 Kilometern Höhe der Mesopause wird dazu mit Hilfe eines Infrarotspektrometers der sogenannte AirGlow gemessen. Ein weiteres Projekt ist die Messung von klimarelevanten Spurenstoffen in der Troposphäre. Das Karlsruher Institut für Technologie befasst sich am Schneefernerhaus mit der vertikalen Verteilung von Wasserdampf in der Atmosphäre, die mit LIDAR gemessen wird. Daneben werden regionale Klimaszenarien berechnet, die eine Abschätzung der langfristigen Wasserverfügbarkeit erlauben. Das Meteorologische Institut der Ludwig-Maximilians- Universität München beschäftigt sich mit der Analyse von Wolken und Schnee für die Klima- und Wettervorhersage. Mit einem Mikrowellenradiometer wird der Flüssigkeitsgehalt von Wolken bestimmt. Mehrere Institute arbeiten an einem Vorhaben, das mit Hilfe von Fernerkundung die mikrophysikalischen Eigenschaften von Schnee bestimmen soll. Die Freie Universität Berlin forscht an den Streueigenschaften von Aerosolen, die hauptsächlich in Luftschichten bis 3000 Meter auftreten, weshalb das Schneefernerhaus ein geeigneter Forschungsstandort ist. Forschungsschwerpunkt des Helmholtz-Zentrums München ist die kosmische Strahlung und deren Auswirkung auf das Klima. An einem Verfahren zur Probeentnahme aus der Troposphäre zum Zweck der Bestimmung darin enthaltenen organischer Schadstoffe arbeitet die Masaryk- Universität. Die Ludwig-Maximilian-Universität München und das Bayerische Landesamt für Umwelt überwachen Bayern vom Schneefernerhaus aus seismologisch. Die medizinische Abteilung der Technischen Universität München untersucht Auswirkungen des Hochgebirgsklimas auf Allergien. Das Rechtsmedizinische Institut der Ludwig-Maximilians-Universität befasst sich mit den Auswirkungen von Luftdruck und Klima in der Höhe auf Atemalkoholbestimmung. Sendeanlagen-Zugspitze Von der Zugspitze aus wird auf der Frequenz 102,7 MHz mit 2 kW ERP das Programm Antenne Bayern abgestrahlt. Das Versorgungsgebiet besteht aus großen Teilen Oberbayerns, dem südwestlichen Niederbayern und den südlichen Teilen des Regierungsbezirkes Oberpfalz sowie dem südlichsten Mittelfranken und auch Teilen des Regierungsbezirks Schwaben. Ebenso kann man die Zugspitze in Teilen des östlichen Baden-Württemberg hören. Direkt und sehr gut empfangbar ist der Sender in München und Augsburg. In Nordtirol ist der Sender durch topografische Abschattungen nur in begrenzten Gebieten in ausreichender Qualität empfangbar. Auf der österreichischen Seite der Zugspitze befindet sich eine Sendeanlage der ORS. Dort werden die Programme Ö1 auf einer Frequenz von 91,6 Megahertz, Radio Tirol auf einer Frequenz von 95,3 Megahertz, Ö3 auf einer Frequenz von 97,1 Megahertz und FM4 auf einer Frequenz von 100,7 Megahertz des österreichischen Rundfunks ausgestrahlt. Durch die exponierte Lage des Senders sind diese Frequenzen auch im südwestlichen Oberbayern und im südlichen Regierungsbezirk Schwaben zu empfangen, auch bis München. Sowohl auf deutscher als auch auf österreichischer Seite gibt es Antennenträger für Richtfunk. Während die österreichische Anlage nur aus einem freistehenden Tragwerk neben dem Zugspitzgebäudekomplex besteht, wobei sich die eigentlichen Funkanlagen wiederum in den Gebäuden befinden, ist die deutsche Anlage aufwendig in den Fels als Richtfunkbühne realisiert, die nur über einen kleinen Stollen erreicht werden kann. Die deutsche und österreichische Seite betreiben hier gemeinsam einen der höchsten Übergabepunkte für Sprach- und Datenübertragung zwischen zwei Ländern in Europa. Auf dem Turm der Wetterwarte des Deutschen Wetterdienstes befindet sich eine Amateurfunk-Relaisstation mit dem Rufzeichen DB0ZU für die Amateurfunkbänder 2 Meter mit einem Empfang auf 145,125 und einer Ausgabe auf 145,725 MHz, 70 Zentimeter mit einem Empfang auf 431,250 und einer Ausgabe auf 438,850 MHz und 23 Zentimeter mit einem Empfang auf 1270,600 und einer Ausgabe auf 1298,600 MHz. Das Relais besitzt auf der 2-Meter-Seite ein Antennen-Diversity, mit dem es möglich ist, den Empfangsort richtungsgebunden aufzuschalten und somit auch schwache Stationen rauschfrei über den Umsetzer zu bringen. Es wurde in den Status CB-Funk mit Rufzeichen erhoben und wird weiterhin konsequent gepflegt. Der Artikel Zugspitze wurde von dem Benutzernamen Blick am 1. Januar 2015 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 3.0 Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org slash copylift